Liebe Miki-Train-Freunde, schön, dass ihr auch wieder da seid. Zurzeit befinde ich mich noch in Norddeich und habe eine neue Errungenschaft gemacht. Schaut es euch einmal an. Dieses schönen Andreas-Kreuz habe ich heute erstanden. Natürlich nicht geklaut, sondern bezahlt. Und jetzt folgt mein 200-Abo-Special. Danke für eure Abos. Bis dahin, euer Miki-Train. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das waren Eindrücke von der Museumsküstenbahn aus Friesland-Ostnorden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Miki-Train. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.